Hallo zusammen und seid schön gegrüßt und ich habe hier was ganz besonderes für euch und zwar das Sweet Marshmallow Ice von Rewe Beste Wahl. Rewe haut in letzter Zeit ja viele tolle Eis raus und in diesem Testvideo schauen wir uns jetzt mal zusammen an, was denn dieses Eis hier kann. Ich sag mal, es ist ja gerade schon dadurch prägsam, dass es mal etwas ist, was man so nicht ständig hat und schauen wir mal, ob das ganze Dingen auch was taugt. Musik Marshmallow, rote und blaue Eiscreme mit Marshmallow Geschmack, gestrudelt mit Soße, mit Marshmallow Geschmack und Stückchen. Marshmallow, Marshmallow, da ist ordentlich was drin. Ich glaube, das könnte zuckersüß werden. Rewe, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist ja in letzter Zeit wirklich sehr tief, was Eis angeht, machen einige Ben Jerry's nach. Das vegane Rewe Peanut Butter Cookies ist eines der besten Eis überhaupt und es gibt keinen Grund, das Ben Jerry's zu kaufen für den doppelten Preis. Da kann man auch das vegane von Rewe kaufen. Und sie haben auch viele andere kreative Sorten rausgebracht. Es gibt noch ein Video in Eis und zwar das Maple mit Walnüssen und Cranberry Soße. Das steht auch im Eisschrank, das wird auch bald getestet. Ich weiß nicht, welches Video ich euch zuerst zeige, da muss ich mal noch schauen. Also das ist schon mal sehr, sehr, sehr cool. Und dann gibt es natürlich halt auch, dass die eben auch bekannte Eismarken sehr gut nachmachen, bekannte Eissorten von Ben Jerry's sehr gut nachmachen. Ja, auch so dieses Peanut-Eis war ganz gut, das war jetzt nicht ganz Ben Jerry's, aber auch Cookie Dough ist eigentlich auch nicht so schlecht. Aber eben gerade so durch diese veganen Sorten sind sie auch so ein bisschen, ja vielleicht für mich zumindest bekannter geworden, weil sie eben dieses Original oft sehr gut nachgemacht haben. Und hier haben wir jetzt eben etwas, was es so nicht gibt, Marshmallow-Eis, ja. Vor allem ganz verrückt, blaue und rote Eiscreme. Wenn das gleich so aussieht, dann könnte das sehr interessant werden, das Ganze halt mit Marshmallows. Also es könnte sehr, sehr süß werden. Und vielleicht kommen wir genauer darauf, wenn wir uns mal anschauen, was so drin ist. Welcome to Mellowland. Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, so bunt und fantastisch, dass dort alles möglich ist. Selbst rote und blaue Eiscreme mit Marshmallow-Geschmack, durch die ein Strudel von Soße mit Marshmallow-Geschmack fließt, auf dem einen Hörner mit Marshmallow-Stückchen um die Wette tanzen. Sweet Marshmallow ist eine traumhafte, leckere Geschmacksreise für alle Eisdiebhaber von klein bis groß. Ich habe so ein paar Meinungen auf Instagram schon gelesen. Manche finden es einfach viel zu zuckersüß und wobei es von den Kohlenhydraten Zuckergehalt nicht so viel mehr ist als bei anderen. Aber ich werde mich gleich am besten mal selbst überzeugen. Was haben wir? Wir haben rote und blaue Eiscreme mit Marshmallow-Geschmack geschudelt mit 13% Soße mit Marshmallow-Geschmack um 4% Marshmallow-Stückchen. Okay, also es ist wirklich dreifach Marshmallow. Die Zutaten sind dann eingedickte in den Rahmen der Milch, Schlagsahne ist halt auch drin, Zucker und so weiter, also eigentlich so weit bekannte Zusatzstoffe. Färbemittel haben wir hier, natürliche Stoffe, Rettich, Apfel, Spirulina, schwarze Johannisbeere, Stabilisatoren und so weiter haben wir auch drin. Natürliches Vanillearoma, aber natürlich auch Aromen für den Marshmallow-Geschmack. 500 Milliliter übrigens drin, 415 Gramm, also dichte Eiscreme. Ein ähnliches Eis gibt es auch bei Penny, das ist aber luftiger, das heißt auch Marshmallow. Penny gehört übrigens zu Rewe. Und von den Nährwerten haben wir hier ein bisschen schlankeres Eis. Es liegt daran, dass wir hier relativ wenig Fett drin haben für so Eiscreme, 8,6 Gramm. Es reicht aber halt auch. Kohlenhydrate kennt man soweit. 210 Kilokalorien. Ja, so ein Ben & Jerry so normal ist, also 260 ungefähr. Und ich würde sagen, wir packen es jetzt einfach mal zusammen aus. Ja, so, da gucken wir mal rein. Ist schon relativ weich. Und jetzt könnte es... Kerl ist whispered... Alter, alter, alter. Ich glaube, ich drehe mal die Kamera ein bisschen hoch, dass wir da besser zusammen reingucken können. Wobei, was heißt Kamera hochdrehen? Ich habe jetzt das Stativ nur hochgestellt. Also man sieht, dass das hier schon mal rosa ist und es sind wirklich überall Marshmallow-Stückchen drin. Hier wird es schon irgendwo blau. Ich werde jetzt einfach mal hier vom Rand mir was wegholen. Oh ja, das ist schon wirklich sehr gut angetaut. Alter. Geil. Die schmeckt ja wirklich wie Marshmallows. Ich meine, klar, die Marshmallows selbst auch, aber auch die Eiscreme hat etwas davon. Oh ja. Also man muss, glaube ich, in Süßen zahlen... Es ist tatsächlich nicht mehr Zucker drin, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob der geringere Fettgehalt das ganze Eis so ein bisschen dann die Süße unterstützt, dass das Fett, wenn jetzt bei gleichem Zuckergehalt, dass wenn man mehr Fett drin hat, dass das die Süße so ein bisschen mildert. Aber es kommt mir tatsächlich sehr süß vor. Und überall sind Marshmallows drin. Ich meine, guckt euch das mal an. Ist aber lecker. Also, es ist jetzt so... Man merkt, dass es nicht ganz so fettig ist, nicht ganz so sahnig. Aber mit dem Marshmallow, ey, das ist wirklich toll. Das sieht vor allem schön aus. Also, hier vermischt es sich so ein bisschen. Ihr seht so blau und rosa. Wie es sich vermischt. Ist das normal, dass da so viele Marshmallows drin sind? Also, es scheint mir echt schon krass viel. Also, eine geile Idee eigentlich. Das ist so das Tolle an diesem Rewe-Eis und auch vielen anderen. Eben auch diesem Ahorn-Eis. Ahn-Siri-Balnuss. Die machen kreative Ideen, was Ben & Jerry's gar nicht mehr so macht. Das ist total traurig. Ja, das ist doch eine super Idee. Ich glaube wirklich, dass das gerade für Kinder toll ist. Also, es ist wirklich... Fast eher wie wenn man so ein Bonbon isst oder so. Überall diese Marshmallows und dieses bunte... Ich sag mal etwas flippige. Das ist eine schöne Idee. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie mich so umhaut oder so abholt. Wie so ein Fudge-Brownie. Aber ich finde die Idee super. Das Eis schmeckt auch lecker. Es ist, wie gesagt, nicht ganz so sahnig. Aber es schmeckt. Und ich finde die Idee einfach toll. Und für 2,50 Euro kosten die. Ist das einfach... Das ist einfach top. Also, ich sag mal, wirklich eine Empfehlung, dieses Eis zu kaufen. Süß, lustig und macht einfach vor allem diese ganzen Marshmallow-Stücke da drin. Das ist einfach toll. Ich hätte es noch ein bisschen cooler gefunden, wenn man das Eis jetzt noch ein bisschen blauer gemacht hätte. Wenn schon, denn schon. Aber... Erst rein. Wirklich ein tolles Eis für den Preis. Super Idee. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich. Und es schmeckt mir halt auch. Es ist, wie gesagt, nicht ganz so sahnig. Ich habe ja auch schon mal gesagt. Aber von... Leck. Super süß. Marshmallow pur. Tolles Eis. Daumen nach oben. Und vielleicht könnt ihr mir in den Kommentar schreiben, ob dieses Eis auch etwas für euch wäre. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao. Ach ja, Kanal abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich danke euch und ciao. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Vielen Dank.